Olympia ist vorbei und die Olympiniken kommen nach Hause. Sogar die Paralympiniken trauen sich nach Hause. Die trauen sich wirklich nach Hause. Mit nur neun! Neun Medaillen in der Tasche. Ich meine, da nie einer von denen war, ich hätte mir in die Favelas einkortiert, weil ich mich nicht heimtraut hätte. Neun Medaillen. Da wird es wohl nachher auf dem Steuergelder, damit die da hinfahren. Und dann kommen die nur mit neun Medaillen zurück. Die sollen sich überschauen, diese Behindertensportler. Wirklich! Außerdem sollen sie sich ein Beispiel nehmen, die nicht Behindertensportler sind. Weil die haben... Die haben... Na gut, ähm... Ich gratuliere allen Sportlern, die ich bei Olympia teilgenommen habe. Das heißt... Das heißt... Untertitelung des ZDF, 2020